Ich geh jetzt mal in den Wald, vielleicht wisst ihr auch was geil ist. Oh Gott! Verdammt, ich hab ein Schwein entdeckt. Ich dachte, ich war endlich was gefunden. Hey, da war jetzt ein Bild. Was? Voll Schaden hat mich gekillt. Da war so eine Brücke und die war kaputt und ich dachte, ich kann da rüberspringen. Aber ich hab's nicht geschafft. Du oder Rüdiger? Ich nicht. Ich... Ladies and Gentlemen, willkommen. Es ist wieder soweit. Und für alle, die sich gleich wieder aufregen. Red Dead Online Challenge! Challenge! So. Janik, hast du eigentlich meinen Hut gesehen? Bei dem Typen. Der hat den auf. Jetzt hat er keinen Hut mehr. Oh, Zeuge. Oh, Zeuge. Sven, stell wieder auf! Aber der Hut ist besser. Nimm dir den Hut und weg! Nimm den Hut und weg! Und weg! Oh, oh! Oh, oh! Oh, der Leben, Junge! Ja! Kleine Eskalation! So! Alles klar! So! Zweiter Versuch! Wir sind wieder da! Wir machen heute, wie ihr vielleicht den Titel schon gesehen habt, wer öfters sterben kann. Ist heute die große Aufgabe nach unserer Red Dead Return. Ja! Heute ist die große Aufgabe. Sich als allererstes, notiert, auf Excel. Ja, sieht man hier. Nummer eins. Von einem MTC verprügeln lassen. Dann, Schritt Nummer zwei. Also genau dieses Reihenfolge, bis wir eingehen. Von einem wilden Tier sterben. Ja. Durch Fallschaden sterben. Mhm. Sterben durch ihr ertrinken. Ja. Sterben durch ein Pferd. Ja. Kriegt man, wird von, ob sie, ob es eigenes ist, wird vermutlich davon ausgehen, aber... Und was man gar nicht gelernt hat, dass es sehr schnell geht, erschossen werden. Von einem MTC. Deswegen, Sven gegen Yannick, Roch, Challenge geht weiter. Wir sagen, 3, 2, 1, go! Und go! Challenge möge der Besse gewinnen. Äh, wie kann man nochmal sprinten? Äh, sprinten? Shift. Shift. Shift, okay. Ah, ja. Ich denke, dass du dein Windows-Problem gemacht hast. Ah, ja, okay. Es muss auch in der richtigen Reihenfolge, wenn du zuerst mal in Angriff schaust, dann ist natürlich die GG. Das sag ich extra deswegen, weil ich glaube, ich werde gleich wieder in der Rechnung schossen. Da kommt wer. Vor allem, das auch noch in Blackwater zu machen. Ich meine das gerade in der Nähe. Vor allem, wir haben das Problem, es ist Nacht. Ehe, das ist alles klar. Ich bin ein bisschen. Ach, klar. Komm her. Wie ich stehe? Hallo, ich bin gut auf dem Weg. Komm her, du! Huh! ich habe eine Scheibe eingeschlagen mit einem Typen ja, eins, verprügeln lassen echt? auch Tor prügeln lassen, oder? verprügelt so, ich werde dir richtig tot ich bin gestorben krass alter ich habe einen Typen in die Fensterscheibe reingerannt mit dem Kopf hinter Kopf so, er hat mich in einer Welt getreten und verpugelt jetzt hör auf weg zu rennen! hau zu, sein Mann! stopp, alles klar, mir ist hier, Leute! jetzt, böse ich! oh, was denn du denn in der Gaste? ey, jetzt hör auf weg zu rennen, Mann! schlag mich tot! hallo, kann jetzt mal jemand kämpfen mit mir wow, dann schießen die auf mich! fliegt euch, Polizei! weißt du, ich habe nur solche Schlappschwänze, die hier alle wegrennen wollen, statt zu kämpfen oh nein, das funktioniert nicht und dann schießt die Polizei direkt auf mich ihr könnt auch einfach lieber mit mir kämpfen ja, komm, ihr seht aus und Abison ist ein wildes Tier, ne? äh, ja, wie ich mal sag die rennen weg von mir okay, die rennen weg von mir der große gefährliche Yannick da gibt es Nil keinen Kämpfer hier Komm Bison! Du bist ein großes Viech! Bison! Komm her! Sein Mann Bison! Ach Leute, ich will doch jetzt einfach mal boxen hier! Was seid ihr denn für... ihr habt dicke fette Hörner? Was ist los mit euch? Ihr seid am Camp! Ihr müsst doch wohl kämpfen wollen! Ja jetzt! Komm! Hau mich! Ja! Scheiße! Warum ich leb noch? Zwei gegen ein! Komm! Zwei gegen ein! Hau mich tot! Ja! Komm! Gib's dir! Gib's dir auch an! Hab ich ihn ausgewichen? Ich weiß gar nicht! Ja! Ja Mann! Ja! Du fickt Mison! Von NPC verfrügeln lassen! Abgehakt! So! Bison! Okay, wildes Tier! Wo ist wildes Tier hier? Alter! Ihr fängt sicher! Ich bin für die Folge hier! Jetzt mach mal was! Okay, ich sehe hier erzählen nicht, oder? Fälle sich kehlst! Das ist wie das Tier! Weil du das hier kriegst wird! Na komm! Stinkt hier! Überfahr mich! Jetzt mach was du! Fühlbüffel und überfahrmig! Wir verprügeln! So ein scheiß Bison, weil er nichts macht! Hä? Alter! Ich verwölfe! Oh nein! Wolf, komm her! Friss mich! Ich hab Bison in die Stadt geschickt! Lass mich den Snack sein! Wolf! Oh Gott, ich ertrink gleich! Wolf! Wolf! Kann nicht wahr sein! Wolf, 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 wolf! Bison! Boah, kacke! Scheiße! Schulti! Achso! Ich geh jetzt mal in den Wald, vielleicht wirst du auch was geiles! Oh Gott! Verdammt, ich hab ein Schwein entdeckt! Ich dachte, ich hab endlich was gefunden! Ey, da war hier so ein Wind! Was? Voll Schaden hat mich gekillt! Da war so ne Brücke und die war kaputt und ich dachte ich kann da rüber springen! Aber ich hab's nicht geschafft! Du oder Rüdiger? Ich nicht! Ich hab' ich... Ich hab' ich... Vor grad' ich... Ich hab' jetzt auch... Ich hab' jetzt gerade noch so am Leben, weil ich den Ast nicht gesehen hab' Ah! 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 Aua! Ich hab' auch gesagt, ich hab' hier Wolf gehört und dann war's ein Schwein, was gegrüßt, was er gekriegt hat! Wow! Letztens, wo wir dieses Rennen gemacht haben, das letzte Mal, ne? Da wurde ich von Wolf angegriffen! Was für dich in V? Ich hab' drei verschiedene Tiere schon gefunden! Ich hab' Kaninchen gefunden! Ohne Truthahn! Geil! Also Kaninchen sind! Wo Kaninchen sind, müssen auch Wolfe sein! Oh! Ja! 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 Kommt her! Keh' mich! Wolf! Lieber Wolf! Nein! Nein! Komm her! Was ist ein Fuchs oder was ist ein Wolf? Bei mir sind Wölfe! Das macht doch mal! Was zeigt denn der Viecher da? Drei Wölfe hier! Das macht doch mal! Komm! Der Wolf! Der töte mich! Weiß! Ich will eins ab! Ja! Tot! Zwei! Jetzt hör auf wegzurellen! Oh Gott sei Dank! Ja! Komm! Beiß! Beiß mich! Fass mich! Los! Tret doch unter die Fresse! Komm! Komm! Los! Ja! 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 Komm! Soll ich nicht! Nein! Ich hab Wolf hoch getreten! Doch nicht! Okay! Wolf hat mich gekillt! Okay! Gleich auch! Falschade! Das kriegen wir hin! Falschade dürfte doch jetzt nicht so schwierig sein! Verfolgen die gerade Wölfe aus! Was denn? Verfolgen die gerade Wölfe? Äh! Ich hab noch nicht nach hinten geguckt! Wieso? Nee! Ich hab von mir so geredet und da muss man Wölfen gehen! Achso! Oh! Weißt du wissen! Ah! Scheiße! Ich bin fast tot! Ja! Janik! Wie muss er in der Fallschaden sterben? Muss es ein Plop sein und tot oder darf man sich mehr Fallschaden sterben? Dann bist du in der Fallschaden gestorben! Okay! Oh! Ich hab Schulte mitgekillt! Das war smart von mir! Das war ein Beyblade! Entschuldig! Was? Nein! Und und und? Gefallen! Ja! Gefallen! Werde sprumst! Schulte! Oh Gott! Ich hab auch noch! Ich hab auch noch! Ich hab auch noch! Wo gibts denn was doch? Mäh? Ähm! Okay, da ist ein Fluss! Wie kann man nochmal Weg durchsetzen? Da wohl habe ich ja! Rüdiger! Komm! Rüdiger! Jetzt bewegt dein Hintern hier! Rüdiger! jetzt bereich so rüdiger der gleiche erst hat mich zweimal umgehen umgefetzt okay hier ist ein fluss also ein fluss ist es auch irgendwo mehr oder nicht wo ich zumindest sehe wo ich erträgen kann kommen wir jetzt auch bestimmt in der stelle stil rüdiger springen weißt du was du scheiß kack pferd ist fick auf rüdiger kann das ist alles wie taucht man noch mal weil sie nicht weil ich gerade in der stelle wo ich schwimmen kann das sieht auch gut aus alles nicht hier lassen okay hier ist ja schlechter am man ich bin ins wasser gesprungen das wäre auch gerade was passiert weil sie gerade wirklich ein sieg gefunden hat ja und dann wir stehen da wieder muss irgendwie eine taste drin windes hast du das nicht hallo getaufen oder muss er so lange wasser bleiben bis er keine ahnung es geht aber ich weiß nicht wie gut dann lasse ich jetzt mal schwimmen bis er nicht mehr kann schuldig heute noch keine zeit junge danke brüchst du das abonnieren entschuldigen das ist aber auch gerade sehr gespoilert wie sein pferd heißt ah ok wie denn nein das sage ich dir nicht geht dann nicht das muss ein überraschungseffekt sein weil es kann nun sein dass rassaurant beim nächsten mal mit dabei ist ja sehr geil dann darf ich nämlich auch schon eine challenge für uns überlegt weil wir viel zeit zu haben und zu überlegen nebenbei nein 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 nee ich kriege auch wieder stellen doch was haben wir scheiße man also ich bin jetzt untergegangen also ich geh jetzt unter ja die letzten versuche sich zu retten und da sagt er tschüss du bist gestorben da steht jetzt nicht irgendwie ertrunken da steht nur du bist gestorben aber ich bin im wasser gestorben der ist untergegangen ja also ich werde so lange gestorben bis er nicht mehr konnte und dann ist er untergegangen und dann war ich tot also ich denke das zählt ja würde ich jetzt mal sagen weil ich konnte nicht tauchen weil ich nicht wie man tauchen kann ich bin hier voll dabei im tauchen auf jeden fall so rüdiger jetzt darf ich dich boxen komm herrüdiger ich wollte dich schon immer mal schlagen wie hau ich rüdiger wie geht was jo nicht wegrennen rüdiger ja endlich rüdiger du sollst mich treten ja nicht wegrennen bleib hier tschuldi komm her hab mich lieb was kann ich tschuldi oh rüdiger hau mich doch immer tot ja jetzt noch mit mpc anlegen komm herrn Oh, Letzte. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Scheiße, ich bin hier im Nebenbo. Ich bin hier wieder im Blackwater, ja. Oh nein. Wir haben gesagt die NPCs. Komm, komm, komm. Wir haben gesagt die NPCs, ne? Komm, komm, komm. Wir haben einfach nur gesagt NPCs. Wir haben einfach nur gesagt NPCs. Wir haben einfach nur gesagt NPCs. Komm, komm. Verschieß mich, komm, 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 komm. Ja. Hälts ab. Hälts ab. Wir haben schossen mit einem Schorfeld Revolver. Gibt's denn nicht? Wir haben ein Versteck gefunden. Hast du Glück? Ich bin direkt in ein Versteck gespawnt. Wie viel Glück du haben kannst. Ohhhh. Ungeschlagen. Das ist echt unfair, dass du Glück hattest. Weißt du, ich hab grad voll die Schießerei in Blackwater. Oh, ich hab grad nur Schießerei in Blackwater. Weil ich da versteck jetzt natürlich gerade. Oh, scheiße. Weiß nicht so. So, jetzt bin ich auch tot. Nein, jetzt bin ich. Also das war unfair. Ich fühl mich nicht gut in Führung. Ich hab richtig gut laufen. Und da krieg ich keine NPCs, die auf mich schießen. Und du kommst gleich in diesen Versteck da rein. Das ist unfair gewesen, ne? Ich bin halt im Nebenbuch gespawnt. Und ich hab wirklich erst mit ihr abgeschossen. Alles klar. Falsch und fies, aber... Verdient hast du's schon. Also... Oh, ich mach mal mal Schulden. Schulden geht auf, oder? Ladies and gentlemen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So eine kleine neue Red Dead Rückkehr hier. Okay, das ist gerade hier. Oh, das ist mir hier. Was willst du denn, ne? Alles falsch? Hab ich's? No, nee. Jetzt hab ich's. Okay, cool. Gib mir bitte deinen Hut. Das ist eine Anführung. Ich hab das schon maßen, halt. Wie klingt das so aus? Äh, Töte. Was ist die Anführung, ne? Ne, bei noch ein Stück geradet. Ehrlich, wie gesagt. Also, das war eine wunderschöne neue Challenge für also Sven. Das war auf jeden Fall das knappste, was wir bisher hier hatten. Ja, war es schon ziemlich knapp. Hat mir jetzt Spaß gemacht. Hoffentlich hat es euch auch viel Spaß gemacht. Und, äh... Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei. Lass uns gleich, da wird es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Tschüssi, Mufasa! Könntest du? Hallo? Da kommt schon, Junge. Ich würde deine Kräfte runterschweißen. Das steht da jetzt vor. Junge! Huh! Aaaaaaah! Scheiße! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.